Zigtausende Personen sind in der Warteschlange und möchten gerne Karguron raiden. Ich werde Tipps und Tricks geben, wie man eine Einladung erhalten kann, wie man Freunde auf der Südhalbkugel findet. Momentan gibt es Katagami bei uns und Karguron auf der Südhalbkugel. Und bevor ich jetzt gleich ans Eingemachte gehe, möchte ich einleitend noch sagen. Erstens können die momentan nicht shiny sein, bedeutet irgendwann kehren die wieder zurück. Und zweitens, die Pokémon, die in gewissen Hemisphären aufgetaucht sind, zum Beispiel Vermikula und Furnifras, Sonnfell und Lunastein, die haben schon mal rotiert. Ich weiß zwar nicht, ob das bei Karguron und Katagami jemals passieren wird, doch das nur einleitend dazu gesagt. Genau, es gibt verschiedene Apps, wo man Raids erstellen kann und dann Leute einlädt, die sich dafür anmelden. Und bei einer davon waren zwischenzeitlich in etwa 140.000 Personen in der Warteschlange für einen Karguron Raid. Deshalb fange ich auch mal mit der ersten Methode an, nämlich Apps. Und zwar die beiden wohl populärsten, Pokégenie und Pokéraid. Einleitend möchte ich sagen, ich habe noch keine App irgendeiner Art und Weise verwendet. Auf der anderen Seite, sofern man sich in der App nicht mit seinem Pokémon Go Account einloggen muss und da irgendetwas Verbotenes passiert, was gegen die Regeln ist, sollte das in Ordnung gehen. Denn im Grunde, eine App zum Organisieren von Raids ist ja nichts anderes als eine Telegram, WhatsApp oder Facebook-Gruppe für Pokémon Go. Da wird nicht geschummelt oder Sonstiges. Und bei dieser App wählt man einen Raid-Boss aus, den man haben möchte. Da kann man dann entweder selbst zum Host werden. Also ich sehe, keine Ahnung, bei mir ein Raid-Ei aufgehen und dann könnte ich dort Katagami hosten und die Leute melden sich an. Ich füge sie hinzu als Freund und lade sie dann ein. Ich habe noch eine schnelle Ergänzung aus der Nachbearbeitung. Heute am Donnerstag hat Niantic die Raid-Stunde im Kalender eingetragen. Und da steht auch beim Termin von gestern, der schon stattgefunden hat, dass die Südhalbkugel Katagami erhält und die Nordhalbkugel, also wir, Kaguron. Vermutlich ein Fehler oder man hat vergessen, das zu ändern für die Ramp- Raid-Stunde. Keine Ahnung, das wollte ich hier auch noch reinschneiden. Wir werden es nächsten Mittwoch dann erfahren. Doch bei Kaguron und Katagami ist das Problem, dass nur sehr wenige Kaguron anbieten. Weil Nordhalbkugel, Südhalbkugel, ja, wir sind einfach in der Mehrheit. Und Angebot-Nachfrage, wenn wenige Leute einen Kaguron-Raid hosten, muss man dort ganz lange in der Warteschlange bleiben. Und ich habe gelesen von mehr als zwölf Stunden. Bis dahin haben alle vergessen, dass sie sich eigentlich dafür angemeldet haben und dann kam es zu Komplikationen. Nicht alle haben angenommen, dann haben sie die nicht gepackt, den Raid und so weiter und so fort. Also wirklich sehr nervig. Poké-Genie und Poké-Raid sind die populärsten. Ich übernehme keine Haftung, ich habe die Apps noch nie verwendet. Doch lockt euch einfach nirgendwo mit eurem Pokémon-Go-Account ein und alles sollte klar gehen. Dann, was man auch nutzen kann, die sozialen Netzwerke. Denn 100.000 Personen in der Warteschlange, ich weiß nicht, ob sich das alle unbedingt antun möchten. Wer zum Beispiel dem deutschsprachigen Pokémon-Go-Account entweder auf Twitter oder Facebook folgt, man sieht ab und zu hin und wieder, vor allem wenn man weiter runter scrollt zu den eher unnötigen Postings, da findet man irgendwelche Antworten von Freundescodes, häufig aus Japan. Das hilft in diesem Fall leider nicht weiter, denn die haben auch Katagami. Doch auch so im Allgemeinen, wenn man internationale Freunde haben möchte, vielleicht findet man da mal jemanden. Nebenbei erwähnt könnte es sein, dass man all diese Tipps und Tricks auch für ein zukünftiges Pokémon benötigt, nicht nur für Karguron, wo man nämlich internationale Postkarten sammeln muss. Da wurden nur erste Hinweise im Code gefunden. Ansonsten muss man die brasilianischen Accounts zum Beispiel oder aus Südamerika besuchen. Ich blende hier mal die Ad-Usernames ein. Pokémon-Go-PTBR, Pokémon-Go-App-LA zum Beispiel, das steht nicht für Los Angeles, sondern für Lateinamerika. Und ja, es ist eher verpönt, wenn man da als Antwort seinen Freundescode drunter postet. Doch schwierige Zeiten erfordern schwierige Maßnahmen. Ist das ein Spruch? Keine Ahnung, aber ich habe ihn einfach mal gesagt. Und wenn ihr dort postet, dann natürlich nicht Karguron schreiben, sondern Celestila. Das ist der englische Name für Karguron und Katana ist der englische Name für Katagami. Ansonsten könnte man auch Hashtags durchsuchen auf jeglichen Plattformen, die es da so gibt. Zum Beispiel, das liegt vielleicht auf der Hand, ich habe da geschaut, da werden sehr viele Katagami-Raids gehostet, leider sehr wenige Karguron, Hashtag Pokémon-Go-Raids oder Raid als Einzahl und Friends bzw. Friend als Einzahl. Und wirklich vor allem aus Japan findet man da Freundescodes ohne Ende. Ist jetzt aktuell nicht so toll, denn die haben eben wie gesagt auch Katagami, doch in Zukunft, wer auch Geschenke aus Japan und Kokagi haben möchte, könnte man so machen. Plus Vorteil, man kann dann schreiben, hey, ich habe dich hinzugefügt, das ist mein Name und dann könnte man sich per Direktnachricht je nach Plattform absprechen für Freundeslevel-Ups, für Raid-Einladungen oder Sonstiges. Und was ich bei Anego gemacht habe, ich habe Reddit genutzt. Das ist ebenfalls ein riesiges Netzwerk, eine riesige Plattform, da kann man nach denselbigen Stichworten suchen, Pokémon-Go-Friend oder Raid und Kokagi. Es gibt zwei Subreddits, riesige mit mehreren tausenden Mitgliedern, Pokémon-Go-Friends und Pokémon-Go-Raids und dort sortiert man nach neuesten Beiträgen und oft steht schon im Titel der Freundescode und der Raid-Boss. Leider aktuell sehr viele Katana, also Katagami-Raids. Doch ab und zu rauscht ein Celestealer-Raid durch und wenn man schnell ist, dann schafft man es vielleicht dort hinein. Ich meine, ist immerhin ein Versuch wert oder ihr wartet 100.000 Personen ab. Und als damals Anego erschienen ist, habe ich diese Subreddits aufgerufen und da haben einige Leute, wo in ihrer Zeitzone der Raid schon aktiv war, hier gepostet und so wurde ich dann eingeladen. Eine Person habe ich sogar noch immer auf der Freundesliste und die schickt mir regelmäßig Raid-Invites. Level 50er, hat 500.000 Fänge oder so, also genau, das sind so die Möglichkeiten, die man hat im Grunde. Da darf ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich schon ein paar Freunde aus Australien und Neuseeland auf meiner Liste habe und da direkt eingeladen wurde zu Karguron. Ansonsten dürfte das eine wirkliche Herausforderung sein, an diese Leute ranzukommen. Na gut, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig weiterhelfen, sodass ihr Karguron im Pokédex registrieren könnt. Mal schauen, ob es so eine gute Idee war von Niantic einen Raid-Boss regional in Nordhalbkugel und Südhalbkugel einzuteilen, wo weitaus mehr Leute natürlich auf der Nordhalbkugel unterwegs sind. Doch wer weiß, vielleicht kommt in Zukunft ja tatsächlich die Rotation. Dann wird man sich die Frage stellen, wieso habe ich mich stundenlang in der Warteschlange aufgehalten und jetzt bekomme ich den Raid-Boss einfach so bei mir zu Hause. Für die Folge soll's das mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.